Willkommen zurück zu einer neuen Runde Lobbyvolley hier bei T-Time, mit dabei ist der Creeper. Ja, Samus und ich werde gewinnen. Ja, schon mal ein guter Anfang. Aber wie hast du den schon wieder rausgeholt da unten? Ja, das war Skill ne, Philipp. Skill? Der Rainer? Das ist einfach nur Skill, guck. So, und ich mache jetzt wieder meine alte Taktik, so. Ich muss jetzt wieder ein bisschen... Beispiel der, der schon drei Folgen verloren hat. Guck ich auch machen, der Film. Der wäre schon eine alte Taktik. Bah. Das war doch die ganze Zeit. Nein. War nicht. Yo. Come on. 1-1. Der war schon eine alte Taktik, will ich jetzt wissen. Ne, sag ich nicht. Mach keinen Arsch, gell? Ganz klar. Die existiert und jetzt war eindeutig. Jawoll. Ach. Solllack, ey. Wie nass. Dann muss ich noch den Item. Das lief jetzt ganz gut. Probier jetzt mal eine neue Taktik. Ach nein. Kommt der dann noch rüber? Kommt der dann hoch. Ey, ey, ey. Ja. Oh, 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 oh. Ach, knapp. Netzroller war das. Ach. Ja. Ja. Ich habe Alkohol. Pech, ja. Jetzt läuft es gerade wieder ein paar Ballwechsel. Wenigstens, gell? Oh. Oh, dann hol der den noch raus. Oh. Nice. Nicely done. Ach, shit. Er wollte eigentlich mal den Hintergrund wechseln. Oh, stimmt. Nächste Runde. Da können wir noch mit Doppelgeschwindigkeit. Ja, genau. Da können wir dann gar nicht mehr klar. Wieder voll das Gerage-Game. Wie immer die erste Folge läuft es bei mir und danach war die erste Dings. Ganz klar. Erste Runde. Oh nein. Oh, nice. Nein, ich verkack's. Ja. Nee. Ist doch eigentlich gut, wenn du immer die erste Grinch bei... Oh, shit. Was war das? Was? Ich war auch bei dir drüben. Ach so. Ich wollte nicht zurücksetzen. Was war denn das, Alter? Ähm. Weil... Nein. Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines YouTube-Zuschauses ist ja eh nur so zwei Minuten oder sowas. Echt? Und dann denken die alle, du wirst immer gewinnen. Weil bis zum Ende guckst du's eh gerne an. Oh nein. Nice. Jetzt haben wir's halt gesagt. Jetzt wissen wir halt, dass ich dann noch verliere immer. Ja. Ich hab jetzt immer gewonnen. Okay. Soll ich mich jetzt noch umkehren? Hier. den Spieß umdrehen. Jawoll! Achso, der hat gar nicht gewonnen. Nö. Noch lange nicht, mein Freund. Da steht noch ein langer Weg bevor. Ich warte so lange, dass du schon hast. Ah, er stammt sogar. Ah, Mist. Habe ich zu viel Risiko. Ich muss hier ein bisschen sichere ab. Abgehen. Ah, ist ja noch fett. Hahahaha. Soll ich auch gewinnen hier, alle. Ey, wenn ich jetzt noch verliere jetzt. Ey. Alle wie geil werden das jetzt. Alle. Alle. Oh nein. Nein! Ja! Ach was! Ich hab noch gar nicht gewonnen. Oh Mann. Wie gesagt. Hier steht ein langer Weg bevor. Ach shit. Ja. Habe ich versprungen. Versprungen. Ja. Oh Gott. Ich hab neulich das Wort vertroffen. Ja. Das sag ich voll oft, wenn jemand immer was vertrifft. Okay. Und das gibt's nicht das Wort. Vertroffen? Ja. Das gibt's, oder? Ne. Ich hab's nämlich dann irgendwie mal gesagt. Ey, das gibt's nicht. Ey doch, das gibt's. Dann hab ich's beim Du nachgeschaut und das gibt's echt nicht das Wort. Nein. Hat mich voll irritiert. Okay. Vertroffen. Wenn man was nicht trifft. Ja. Aber das ist irgendwie wahrscheinlich Dialekt. Dialekt bei uns. Boah. Weil ich ganz zuschauer so. Oh mein Gott. Natürlich ist das kein Wort. Kennen wir gar nicht. Alter. Was ey. Slap and D. Soll ich mal ein Ball bissl bei mir palten? Weil ich kleiner bin? Oh shit. Soll ich mal ein Ball bissl bei mir palten? Weil ich kleiner bin? das will ich will nur ich sagen können ich gehe ab wie schmitzkatze es gibt es nicht der schaffst mit dusel immer der mutter mit 24 folgen habe ich jetzt mit uns immer gewonnen oder die wert klein das ist jetzt gerade schlecht schon einer noch eine noch nein wieso was mache ich auch der steht doch besser nein scheiße alle voll verspannen gerade sind anstrengende folgen jetzt will ich aber wenigstens auch mit die runde gewinnen das erste ist freie ich habe davor gewonnen ja ich so ja wieder zeit nachher können wir mal ein regelkonformes spiel machen wo man net oben drauf hopfen und net zum anderen rüber da habe ich solche regelkonform oder ja habe ich so sicher dann verfehle ich doch das war jetzt bisschen lucky da oben drauf also im game natürlich nur ganz klar da lag dass ich wieder ein tor zwei bei wenn man da oben stehe schon bei mir mit fahrstuhl ich ich schaff es nicht mehr einen punkt zu machen ich schaff es einfach nicht ich mach zwei mal wieder und dann kommst du schon mal schlecht empfehlen ich glaube daran kannst du siegen das spiel mache ich aggressiv echt jetzt gibt es irgendein spiel das ich nicht aggressiv mache jawoll aber ich habe reset gedruckt 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 jawoll jetzt irgendein punkt mal wieder so lange das item gut das ist doch geschenkt im film sogar als feldsack verhaut hast schlecht aber ich habe gerade auch nur mit einer gespielt ja 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 war echt hä wie bilden sie uns mit zwei ich würde jetzt eine pointe oh man ich kriege den einfach nicht über dir drüber in deine seite oder er kommt wieder zurück Mh hm 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 добавl Och man EX es gibts doch nicht Nein ich hab so gutes item jetzt hab ich dashier Jetzt komm ich nie mehr ach kommst du da ich. kindergartenarse durch die. Im praxis kuliner und ich mach den zweiten! Pfuh Puh. Uh. Hä? Ach ne. Der war lucky. Ah. Nein. Ja komm schon. Geht bleib drüben. Ah gut. Das ist immer wieder Anstoß. Ah man ey. Fuckt auf 6-3, hätt schon alles drin. Das ist süß. Ne, nice. Ach komm und das ist natürlich kein Glück von dir. Na das war Glück. Und ich hab gedrückt. Ach scheiß spiel. Das war nett. Ach mich schädlich drüben fallen sollen. Oh fuck. Ach der war sogar ein Punkt für mich. Nein. Weißt du, solang du da oben stehen bleibst, hab ich keine Chance. Oh Gott. Jawoll, also wieder zu. Oh ne. Wieso jetzt? Ehrlich? Ja. Shit. Mist. Wieso kommst du auch higher? Schöpf? Schöpf. Mach es drauf hab? Oh komm schon Oh. Ach Job. Ah 175 oh man ist das ein pech wir gehen beide hoch aber natürlich wieder bei mir rüber ja das war gut so gesetzt ja meiner glück gern für Nein. Rein, das geht. Wo wirkt der Ball? Um! Ich schaß, ey. Oh shit. Oh, ja, ist ja gut. Werde wieder groß, Alter. Bleib drüben. In dem Moment stehe ich schon natürlich dabei, und das ist schon wieder unglücklich. Okay. Oh, dankeschön. Wieso komme ich dann immer rüber? Wieso? Jei, jei. Jawoll. Puh. Ach komm, ist das alles? Nö. Sehr schön. Natürlich. Oh, das war aber lucky. Komm schon. Ja. Schön. So, ich glaube, ich moderiere allein. Deswegen sehen wir uns in einem Tag wieder. Tschüss. Tschüss. – Tschüss. – Tschüss. Vielen Dank.